Ich muss jetzt irgendwas sagen. Es muss intelligent sein. Intelligent und witzig. Etwas, an das sie sich noch Jahre später erinnern wird. Ist das nicht total ironisch? Dass der Marx-Materialismus in seinem arbeit-anthroposophischen Kern durch und durch idealistisch gedacht war. Macho Man. Als Buch oder Hörbuch. Ab sofort im Handel. Der Spruch zieht einfach immer. Da werden sie zu Wachs in deinen Händen. Macho Man. Als Buch oder Hörbuch. Ab sofort im Handel.